Hallo meine Lieben, heute gibt es ein kleines Workout, kurz und knackig mit vier Übungen nur und jeweils 20 Mal. Und zwar geht es um die Beine. Wir beginnen jetzt mit der ersten Übung. Beine schulterbreit auseinander und wir gehen in die Squat oder auch bekannt als Kniebeuge. Sehr schön, einatmen hoch und ausatmen runter. Wichtig ist, dass der Druck auf der Hacke ist und dass das Knie nicht zu weit nach vorne geht, dass ihr gerade nach vorne schaut und die Brust nach vorne auch zeigt. Einatmen tief, ausatmen, hochdrücken und ausatmen. Einatmen tief, ausatmen, hoch. Einatmen tief, ausatmen, hoch. Gleich geschafft. Wir achten trotzdem darauf, dass die Schulterblätter weit weg von den Ohren sind. Schön weit an der Wirbel, soll entlang nach unten ziehen und der Abstand zwischen Ohren und Schultern hoch bleibt. Sehr schön, das kommt jetzt die zweite Übung. Auch wieder schulterbreit auseinander, Schulterblätter an der Wirbelsäule nach unten, Auswahlschritt nach hinten und eins. Schön einen weiten Schritt nach hinten. Knie geht Richtung Boden, so weit wie es geht. Ihr müsst den Boden aber nicht berühren. Einatmen tief, ausatmen, hoch. Auch da die Schultern weit weg von den Ohren, also dass der Abstand zwischen Ohren und Schultern groß bleibt. Schaltet zur Decke, dass ihr euch lang macht. Und bleibt schön gerade, schön weit nach hinten, Auswahlschritt und wieder hoch. Einatmen tief und ausatmen, hoch. Einatmen tief, ausatmen, hoch. Bauchnabel bleibt Richtung Wirbelsäule gezogen. Sehr schön, gleich ist es vorbei. Einatmen tief, ausatmen, hoch. Blick nach vorne, Kinn Richtung Brustbein. Dann Schulterblätter an der Wirbelsäule entlang nach unten ziehen. Oder schieben. Sehr schön, ist bald zu Ende. Und entspannen. Das war jetzt die zweite Übung, jetzt kommt die dritte. Die dritte. Die Beine ganz weit auseinander, sobald es geht. Die Knie zeigen nach außen und die Fußspitzen nach außen. Bauch fallen, die Schulterblätter nach hinten und wir gehen schön nach unten und bitten. Die Knie weit nach außen, sobald es geht. Und so merken wir die Innenschenkel. Dann machen wir jetzt was für die Innenschenkel. Da haben wir Frauen ja immer unsere Probleme. Und da auch ganz wichtig, Bauchnabel rein, Schulterblätter nach hinten. Kinn Richtung Brustbein und Scheitel zur Decke. Dass wir uns immer schön lang aus dem Oberkörper machen. Sehr schön. Da merkt ihr jetzt die Innenschenkel. Wir sind auch gleichwertig. Das war jetzt noch die vorletzte Übung. Nur noch eine Übung kommt. Und jetzt machen wir die Außenseite der Oberschenkel. Jetzt haben wir dann innen, außen, vorne, hinten. Auch da wichtig, Schulterblätter nach hinten, Bauch rein. Schulterbreit auseinander. Rechtes Bein nach vorne. Und jetzt kurz über vorne und nach zur Seite. Arme könnt ihr mitnehmen. Da trainiert ihr natürlich jetzt nicht nur die Außenseite der Oberschenkelmuskulatur, sondern auch die Balance. Ihr müsst ja auf einem Bein stehen. Also es ist eine Doppeltübung. Jetzt macht ihr da auch was für eure Balance. Gleichgewicht. Sehr schön. Geht schnell vorbei. Jetzt kommt die andere Seite. Auch wieder Schulterbreit auseinander. Bauch rein, Schulterblätter nach hinten. Standbein ist das rechte, linke hoch, Seite und nach außen. Nach innen und nach außen. Einatmen und aus. Ein und aus. Ein und aus. Sehr schön. Fokussiert immer einen Punkt auf dem Boden oder nach vorne, dass ihr schön beim Balance gleichgewicht halten könnt. Ja, seht ihr? Manchmal muss man sich ein bisschen mehr konzentrieren. Sehr gut. Das war es jetzt. Vielen Dank. Das waren jetzt vier Übungen. Ganz schnell, ganz knackig für den Unterkörper. Und ich wünsche euch viel Spaß. Wenn es zu wenig war, macht das einfach nochmal. Tschüss.